Es freut mich natürlich, dass ich jetzt auch ein Teil dieses Klubs sein darf. Jetzt konnte ich den nächsten Schritt machen, wieder auf einem höheren Level zu spielen und das ist im Moment Dortmund und da bin ich sehr froh hier zu sein und ich möchte natürlich hier auch mal in einem Klub ein bisschen länger bleiben. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.